Die Clunia-Zensische Reform war eine vom burgundischen Benediktinerkloster Cluny ausgehende geistliche Reformbewegung der katholischen Kirche des Hochmittelalters, die zuerst das Klosterleben und dann das Papsttum erfasste. Ausgelöst hatte die Reform der moralische Niedergang der Kirche im sogenannt dunklen Jahrhundert der Kirchengeschichte, als nach dem Ende des Karolinger Reiches zwischen 882 und 962 Dekasekunden kirchliche Leben moralisch auf einen Tiefpunkt gesunken war und sich schwere Missstände entwickelt hatten. Die Hauptgedanken der Reform waren strenge Beachtung der Benediktsregel, größte Gewissenhaftigkeit bei den täglichen Gottesdiensten, Vertiefung der Frömmigkeit des einzelnen Mönches, Erinnerung an die Vergänglichkeit des Irdischen mit der Mahnung, Bedenke, dass du sterben musst. Daneben standen eine Reform der Klosterwirtschaft und Loslösung der Klöster aus dem Herrschaftsanspruch der Bischöfe, die Klöster wurden direkt dem Schutz des Papstes unterstellt. Im Streit zwischen Kaiser und Papst unterließ es Cluny, Partei zu ergreifen, stand aber in Fragen der Simonie und des Zölibats auf Seiten der Reformpäpste. Geschichte der Reform Schon mit dem ersten Abt-Bernod wurde eine Hinwendung zu alten monastischen Idealen begonnen, die dann von Abt-Udo fortgesetzt wurde. Die Constitutins Clunyacenses breiteten sich schnell in Südfrankreich aus und fanden auch in Italien näher Boden. Hier besonders in Sankt Maria Aventinesche und Monte Cassino. Neben der Rückbesinnung auf benediktinische Grundsätze und einer gesteigerten Spiritualität wurde auch schnell die Befreiung aus der weltlichen Abhängigkeit betrieben, die neben der Exumption aus dem zuständigen Diözesensprengel auch die Arrondierung des Klosterbesitzes und die Einforderung der Gerichtsbarkeit für das Herrschaftsgebiet einschloss. Dabei fiel die von Cluny ausgehende Bewegung mit einer kirchenrechtlichen Entwicklung zusammen, die sich die pseudo-asidorischen Dekreter in eine Sammlung von teilweise gefälschten Dekreten, Synodalbeschlüssen und Papstbriefen zur Begründung eines in jeder Hinsicht vorrangigen Papsttums nutzbar machte, um hierauf basierend auch eine Stärkung der Bischöfe zu fordern. Dies aber vor allem gegenüber den entsprechenden weltlichen Herrschern und immer mit Blick auf ein starkes Papsttum, von wo man gerade die Unabhängigkeit der kleineren Bistümer meinte bestens wahren zu können. Mit dem 11. Jahrhundert, insbesondere unter Abt Odilo, fand dann eine kirchenpolitische Wendung der Reform statt. Zurückführen lässt sich dies auf die häufige Anwesenheit der eximierten Mönche in Rom, wo die wenig von weltlichen Herrschern eingeschränkten Mönche nun einen Papst vorfanden, der als geistliches Oberhaupt seiner Kirche keineswegs frei von derartigen Zwängen war. Namentlich die Wahl und Einsetzung des Papstes fand sich beinahe vollständig in der Hand des römischen Staat-Tadels. Andere außerkirchliche Einflüsse kamen hinzu. Der Kampf gegen diese Einflussfaktoren, gegen Simoni und Nikolaitismus wiederum klerikalisierte die einst monastisch geprägte Reform. Unter VR, der Mitwirkung von Humbert von Silva Candida, Anselm von Luca und Hildebrandt beeinflusste so die klüniazensische Reform als Klosterreform, die gregorianische Reform als Kirchenreform. Ähnliche Bestrebungen finden sich an anderen Orten. Der lutheringischen Reform beispielsweise fehlte lediglich die Einforderung päpstlicher Unabhängigkeit. Nach Deutschland drang die Reformbewegung erst später, da sich im alten benediktinischen Mönchtum hier gegen viel Widerstand gebildet hatte. Eine Fortsetzung fand sich dann in der sogenannten Hirsauer-Reform. Siehe auch Kirchenreformen des 11. Jahrhunderts.